Unterstützung können wir leisten auf vielfältige Weise. Zum Beispiel, indem wir gemeinsam mit der Initiative einen Video-Wettbewerb unter dem Motto Mit uns für Sie, für Deutschland ausrichten. Wir wollen damit alle Fachkräfte der Baubranche motivieren, über ihre Sicht der Dinge zu sprechen und die Vorzüge ihrer Berufe sowie des jeweiligen Fachgebiets darzustellen. Dieser Wettbewerb richtet sich ausdrücklich an alle, vom Gesellen über den selbstständigen Handwerksmeister bis hin zum Bauingenieur. Die besten Geschichten werden prämiert und dann veröffentlicht. Ich wünsche dem Wettbewerb rege Beteiligung und allen Mitwirkenden Kreativität und Erfolg.